Halli Hallöchen und dann herzlichst Willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play LOL und zwar wieder ein Ranked und ähm ich spiel Sivir und ist wieder Solo Queue Sivir, Morgana, V, eine Orianna und ein Zac gegen Caitlyn, Twisted Fate, Thresh, Vice und Hecarim und ich bin mal gespannt äh wie ich mich so als AD Carry mache Oh, das war nicht gut Oh, voilà Wofür wirkt sich der Thresh? Au Ah, nee Caiten nervt mich mit ihrer Range, ich hab halt ne ziemlich scheiß Range im Gegensatz zu ihr Aber ja, wir probieren es einfach, es wird schon irgendwie schief gehen Au Oh, das war sehr nice von ihr, aber ich komm da nicht ran Cait, geht's weg, verdammt Okay, wir müssen uns flash holen Die Cait macht das ziemlich gut, dass sie mich da so hard zoned Cait, komm, Snare Okay, wir laufen nach oben raus Dann holen wir uns halt den Und, komm Und Die Cait hat auch noch geholt Läuft doch gut Heieiei Im Hintergrund läuft übrigens, äh Insta-Log Musik Äh, ich hoffe, sie läuft auch weiterhin durch Weil letztes Mal hat die Playlist von YouTube sich einfach geschlossen Insta-Log, die machen so ein bisschen League of Legends, Parodien, Lieder Leute, ja Kate hat auch einen Flash gerade eingesetzt, oder? Ja, meine ich, zumindest Richtig gesehen zu haben Genau, einfach mal wieder schön herwessen Oh, 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 oh Okay Waschloses Mana nehme ich gerne, Mann Na, ich kann auch Auto-Tricks machen, ne? Au, das tat weh Okay, das tat weh, gell Kate war auch First Pick Und ich hab mir danach Silve gepickt Da ich mir gedacht hab, nämlich, äh Oh, fuck Ähm, da ich mir gedacht hab, okay Ich kann mit meiner Kuh ihre Range ausgleichen Ich hab die auch ganz gut Jetzt gerade eben hätte ich, aber, ähm Oh Ich hab noch Harrier Ich muss jetzt einsetzen Ich muss jetzt gerade einsetzen Nicht gut? Weg Morgana, ich geh mal, okay Wie viel hat sie denn da? Jetzt 20, ich hab 22 Ach, ja, ja, die farmt echt ziemlich gut Schuhe bring ich mir gegen sie Da sie, ähm Doch immer ziemlich häufig auf mich zu rennt Sie hat einen 350er Move-N-Speed Und ich hab jetzt wenigstens 360 Läuft Sie hat sich aber auch schon getaucht, ja Hey, wir haben ja doppelt, äh, doppelt, äh, doppelt, äh, ein Swell-Shield auf der Doppel-Lane, auf der Bot-Lane hier, so ein Doppel-Lane, ne? Das ist so ein bisschen Sie hat ja auch gehen sollen, als ich gegangen bin Weil jetzt kann ich nicht wirklich safe farmen Weil mein Twinket ist auf cooldown Lol, was war das für ein Play? Naja, wenigstens pusht sie Wäre noch nur unbewusst Oh, okay, hab ich erwischt Geht da rein, nein Ah, das ist ein bisschen kackt Ich kann nicht farmen Hoffnung krieg wenigstens den fetten Ah, da hätte ich jetzt auch mein Swell-Shield einsetzen sollen So, egal Ah, doppelt getroffen Okay, sie geht Ah, sie geht doch nicht Aber der Thresh ist gegangen Eigentlich könnte jetzt Morgana ein bisschen aggressiver spielen Nein, leider nicht getroffen Schade Die Falle hätte ich auch nehmen können Jetzt ist der Thresh wieder da Schade Schade Aber wenigstens noch in Ignite eingesetzt Jetzt sollte sie aber auch hier pushen Twisted Fated 41 C 46 Okay, das passt Er hat zwar jetzt einen Kill bekommen, aber Das ist auch nicht ganz so schlimm Ähm Komm Nice Good Job Jetzt hätte ich mir eigentlich noch einen Pot mitnehmen wollen Egal Die Morgana ist gar nicht schlecht Und die Caitlyn hat immer noch keinen Kill Ich hasse es gegen Caitlyn auf der Lane zu sein Ich push jetzt auch nicht Ich will nicht pushen Ah Ich dachte, sie hat sich halt gestehen Egal Ich hab jetzt doch gepusht Aber kostenloses Mana für mich Mit meinem Mana-Shield Für die, die das nicht kennen Dieses Schild, was ich da hab Wenn ich dort eine Fähigkeit vom Gegner bekommen Dann bekomme ich Mana wieder Und das Schild kostet mich selber nichts Genau, nämlich das Schild Das kam gerade wieder ab Und Thresh hat ein bisschen passiert Oh, oh, oh Da kommt jemand Oder auch nicht Ah, kein Willkommen Schade Schade, schade, schade Na, wie sieht's aus Kurz auf Cooldowns warten Vor allem meinen Spell-Stil will ich wieder haben Bevor wir irgendeinen Scheiß machen Ja, komm, Ärger ein bisschen Hehehe Oh Morgana ist leider nicht geschafft Ich muss noch immer aufpassen Sonst könnte gleich wieder Twisted Fate auftauchen Plötzlich Wenn Aoyana gut pusht Aoyana muss einfach mal gut pushen Ah, jetzt holt sie nicht die Nase Was? Ja, das ist ein Lead über Team und im Hintergrund Nein, gehen wir raus Oh Fuck it Was war denn das gerade von mir? Oh Shit Lol Ja, da war ich gerade auch nicht ganz so pro Deswegen solltest du dir das nicht schreiben Oh Jetzt habe ich ja durch zwei Wände durchgelaufen Und ich wollte eigentlich nur durch eine Wand durchlaufen Mit meinem Spell-Shield Und dann habe ich es gar nicht eingesetzt Das Spell-Shield Das war auf jeden Fall gerade sehr pro von mir Wir haben auch ein bisschen den Last Sits eingeholt Sehr schön Der Trash ist nicht gestorben, oder? Nee Oh ja 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 Ah, sag mal, die Farben ist zu viel, die Morgana, jetzt krieg ich nicht mal den, doch krieg ich, gut. Oh, ich wollte die Falle haben. Naja, die Morgana baut sich ein bisschen Carry-like, das ist auch gut, die geht auf World of Ages. Hm, irgendwie krieg ich keinen Marker, weil der trifft seine Spells nicht, der Trash, absichtlich wahrscheinlich. So, Autotext, damit ich wieder hochfallen kann. Oh je. Danke. Ist mich extra reingelaufen, ne? Oh je, war nicht gut. Fuck. Hab ich denn nen Schaden herbekommen? Oh, oh. Und? Speyshield? Lol. Hahaha. Oh mein Gott. I... ...suck at this game. Lol. Ist echt noch gestorben? Nice. Was? Die Box hat mir ziemlich viel Schaden gemacht, die hat mir über 200 Schaden gemacht. Wie macht denn die so viel Schaden? Haben die die auch gebufft, die Box, oder hat die schon immer so viel Schaden gemacht? Okay, Kate hat immer noch keinen Kill. Ist natürlich auch gut. Ich hab auch erst einen. Läuft. So, Orianna sollte jetzt den Tower bekommen. Mhm. So, ich muss mich ein bisschen aufs Farm zentrieren nochmal. Ah, also wieder. Ist jetzt kein Mana mehr, die Kate. Ah, wieder Mana. Ich hatte leider Cooldown auf meine Ult, sonst hätte ich sie schon früh eingesetzt. Na komm, flash dich doch. Ich habe gerade einen Flash erwartet. Um mich zu killen. Ähm, aber ich hatte noch Barrier gehabt, also von dem machen wir keinen Stress gewesen. So, jetzt nehme ich auch mal ein paar Pots mit. Ich kann nicht länger überleben in der Lane. Und der Weiß schreibt schon, enjoy for you win. Tja. Sieht auch ganz gut aus. Da ist ein Tower kaputt. Da ist ein Tower kaputt. Wir stehen 11-3. Die hat gerade noch Flash geholt. Wenn sie die auch noch bekommt. Nice. Und? Mit den Minions nicht? 20 HP. 5. 5 HP hatte sie nur noch. Nice one. 5 HP kein Problem. Oh. Dieser Frog, der macht echt viel Auer. Na, hätte ich jetzt auch meinen Space Shield einsetzen können. Oh, nochmal ein Doppelfrogg. Ah, ich habe schon hier meinen Schild einsetzen können. Jetzt, Alter. Oh, gleich ist er schon gestorben. Ah, dammit. Die macht einfach zu viel Schaden. Ähm, Mogena? Oh, mit einem Space Shield hätte ich das vielleicht überlebt von dir. Egal. Ich hätte für 200 Gold bekommen. Auch okay. Hm. Ich meine meine Stats sind scheiße, aber die von meinem Team sind gut. Ich habe drei von vier Toten. Toten. Oh je. Und die vier Tote sind alle bei uns auf der Bot Lane. Nein. Ähm. Jetzt kommt, jetzt kommt die V. Oh, Leute. Ihr seid so tot. Und? Wie ein Ultraste V? Haha. Unglaublich. So, dann laufe ich schon mal zu Twake. Wenn die den Turm schon kaputt machen. Oh. Die fighten jetzt echt. Oh, fuck. Das habe ich gar nicht gemerkt. Ah, komm. Hilfe mich auch mal. Nein. Okay. Keine Hilfe für mich. Aber wenigstens ist die Morgana nicht gestorben. Da braucht der CV. Naja. Aber mit, ähm, Orjana Schild machen wir das auch ganz gut alleine. Und jetzt hol ich mir irgendwo noch den, äh, neuen Minion hier. Weil irgendwie kann ich sonst gerade nichts machen. Ja, die Musik finde ich sehr nice. So, Wolfies. Ich weiß nicht, wieso der Thresh auf Mobility Boots gleich gegangen ist. Ist nicht unbedingt das Beste, wenn man die Lane verliert. Was sie ja definitiv getan haben. Morgana hat sie gewonnen. Ich habe sie auch nicht gewonnen, aber Morgana immerhin. Würde ich nicht unbedingt auf Mobility Boots gehen. Und der Weiß, der, ja. Über den sagen wir gar nichts mehr. Okay, vorbei. Also ich weine, es ist vorbei, ne. Zu Ende Adventiv. Naja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und enjoy free League Points, sage ich dazu nur. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.